und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei layers of fear war das bild das letzte mal schon da hängt keine ahnung okay wir haben von der puppe wo wir wahrscheinlich alles finden müssen oder dann nach und nach alles zusammenbringen schon drei teile ich weiß gar nicht ob es dann bloß vier akte gibt noch einen arm und kopf oder kopf und arm und dann kommt noch keine ahnung wenn wir gleich sehen wir jetzt hier alles klar schauen wir doch mal was sind wir jetzt hör mal aber wie macht es das? ein Meer kann nicht in die sich da es ist das spirit des seos es hat seine strength es ist kalt es ist Freiheit es kann immer noch leben 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 was es geht, also in dem Kapitel. Ja wer hätte das auch gedacht? Warte mal ein bisschen in dem verdammten Haus. In dem schrägen Haus. Mit großen Türen. Ich komme mir vor, wenn ich immer noch geduckt laufen würde durch diese Schräge. Ob mir das bekannt vor? Nee. Kitchen. Ich schicke dir morgen eine neue Filmrolle. Ein Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Sieh ihn dir genau an. Mehr Vorführungen bedeutet mehr Hinterteile in den Sitzen und mehr Gründe, um dich weiterzubezahlen. Komm, faithful servant. Für tonight we brew. A ghoulish concoction. The world's strangest stew. Barley. Der Kanonier. Er ist viel, sehr viel. Deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanone. Ha. Warte mal. Ah ne, ich kann es nicht drehen. Ich habe immer leider das Problem. Ohne ist da ein Kreuz? Es ist jetzt ein Gehirn? Oh. Ohne ist da ein Kreuz? Das ist ein Gehirn? Ah, ich muss Zutaten sammeln, könnte es sein. Könnte es sein. Vielleicht. Geht mir die Ratte, passt zur Hölle. Überall Öl. Oder Ölkanister eher. Die Mitte wird immer zum Schluss genommen. Und ich weiß nicht, ob der mich nicht umbringt. Du Sack. Hörter durch den Konflikt. Gewalt durch die Krieg. Widerstand. 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 Hä? Toll. Penner. Schreck mich halt noch mehr. Okay, wir müssen einfach das Zeug mixen. War eigentlich sonst noch irgendwas? Naja, dachte ich mir schon. Also irgendwer versperrt immer auf jeden Fall gern die... Ein Ärmchen. Ein Wörnchen. Ein Herzchen. Schau an die Bubble. Schau an die Schaufe. Die Hüste. Er ist wunderschön. Was für ein Biest. Ich dachte, ich muss wieder rennen. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich irgendwie an Super Mario. Diese Formen hier. Oder an riesige Pillen. Oder riesige Zäpfchen. Schau, Jimmy. Der Vater schreit den schwarzen Wanderer. Uh, Cthulhu. Ich weiß, es hat nichts mit Cthulhu zu tun. Aber ich erwähne es einfach mal gerne. Die Filme sind fast vorbei. Zeit, zu gehen. Bett. 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 Hä? Jetzt bin ich doch wieder da, wo ich vorher war. Jetzt weiß ich erst einmal, dass es laden musste, so, ne? Also mitten im Level. Warte, nicht in das Licht, oder er wird dich sehen. Hä? Oh, da liegt was. Unleslicher Name. In Anerkennung ihres außergewöhnlichen Dienstes bei der Dokumentierung des tapferen Kampfes der Truppen ihrer Majestät an der Westfront und der Verletzung, die sie auf dem Schlachtfeld erlitten haben, hat das Kriegsministerium beschlossen, ihnen das Silber in den Kriegsabzeichen zu verliehen. Zu verdienen. Alles klar. Mögen sie es mit Stolz tragen, in dem Wissen ihre Pflicht gegenüber König und Volk erfüllt zu haben. Die Auszeichnung findet am 5. Januar statt, mit freundlichen Grüßen und leserliche Unterschrift im Auftrag des Imperiären Generalstabs. Oh! Schau mich jetzt so an, ich bin hier zu Gast. Naja, die Augen schauen halt überhaupt mir danach aus, wie wenn die aufgehen könnten. Naja, ich muss hier mal drehst. Ehh, drehst du mal richtig? Naja, jetzt sag. Ja, jetzt sag. Hm. 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 Ah, da haben wir eins riesen Tier Dingern gefunden Ich traue dir nicht Alles klar Geh bloß weg von mir Hä? Entschuldigung Entschuldigung Hä? Ich dachte da wäre doch nicht viel draus geworden Was ist das? 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 Halt die Schnauze So jetzt darfst du wieder labern Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist alles, ich brauche! Ich habe gesagt, dass du ihn schraubst! Ich habe gesagt, dass du ihn sicherzustellen! Wie kannst du ihn schraubst? Das ist alles, was wir haben von ihm! Du musst ihn finden! Du musst ihn zurückziehen! Schau sie zu deinem Herzen! Schau sie zu deinem Herzen! Lass sie nicht vergessen werden! Sie gab alles für dich! Proof, dass es es wert war! Dass du nicht ein Fehler bist! Okay, jetzt habe ich das Ass geklaut! Der kann wieder runter! Jetzt darfst du wieder blöd klotzen! Und du Spackel kriegst dein Ass als Maul! Ein schwarzes Herz! Aufruftet von Tragedie! Schraubt von Schmerzen! Das ist alles, was du mir immer gegeben hast! Das ist alles, was du... ...wenn du immer gut gemacht hast! Hä? Okay, der Spiegel sagt gar nichts! Und jetzt? Oh! Weak! Weak! Useless! No good to anyone! It's like! I was never there! It would've been better! If I was never there! Ich war's nur, das war jemand anders! Das war der kleine Junge hinterm Spiegel! Oh! Was soll das sein? Herr der Ringe? Oder Naruto? Shhhhhh! Be quiet! Just watch! Let's go! Father will be leaving the projection room soon! Jetzt können wir in den Keller! Hä? Ah! Laden! Ich find's komisch, dass der hier laden muss jetzt plötzlich! Ah! Da wird immer das angezeigt, was ich als letztes gesehen habe, oder was? Um was es ging, oder so? Achso, stimmt! Da ist ja wieder riesig unterwegs, oder was? Basement! Scheiße! Hier gibt's so viel zu viele Türen, Mann! Scheiße! Hier gibt's so viel zu viele Türen, Mann! Ich hab' nen scheiß Kopf gerade dabei! Scheiße! Was kann ein hell sein! Es ist, was auch immer du sie machen! Hä, nur die Zeit? Der Kopf ist weg! Oh! Huh? The dark can be a silent place. Silence can be empty. Or it can speak volumes. It is whatever you make it. The dark can be a lonely place. The dark can be a lonely place. The dark can be a sentence. Huh? Oh, what do you have to do? Lauf, 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 lauf. Lass mich durch. Ich muss was in die Kiste schmeißen. Hä, der ist noch drin? Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Es ist, was, was du machen. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Nein, bitte. Ich sagte, lauf. Das hat niemand kommen sehen. Das hat niemand kommen sehen. Alter! Das Land ist ein Wunder, um sicher zu sein. Aber wie will ich nach Hause kommen? Zu Hause? Jetzt, warum willst du zu einem so grossen Ort gehen? Lauf. Hush! Es hat bereits angefangen. Was kriegen wir jetzt? Child-Ruhe. Komm schon! Er wird verrückt, wenn wir nicht vor ihm nicht zurückkommen. Alter! Was ist das Ding? Ich dachte, ich wusste, aber... jetzt bin ich nicht sicher. Oh, Jimmy. Es muss erst eine Form in deinem Kopf nehmen. Otherwise... Es wird nur... formlos bleiben. Oh. Ich hab schon die Augen zusammengekniffen. um zu warten. Ich weiß, was passiert. Absturz! Ah, okay. Okay, der ist immer noch hier drauf. Hä? Ah, passt schon. Okay, also hier wird schon lange keiner mehr aufgeräumt. Das ist wirklich so. Das ist woher du in kommst. Ich weiß nicht, ob ich das in Kumpel ziehe. Ja, ich weiß nicht, ob ich das in Kumpel ziehe. Komm schon. Ich werde das nicht einfach machen. Wenn ich heute mit meinem Verkauf zu treffen, wird es mit deinen Handeln sein. Mit deinen... Aktion! Spiel deine Rolle, Willein. Ich warte. Nicht geben. Nicht geben. Nicht geben. Es ist zu lange, um dein Charakter zu bauen. Du willst du wie ich? Schrauben! Was sind wir für dich? Mere Playthings? Spiel deine Rolle. In der anderen Weise. Du glaubst, du könnte ich sein? Du wirst immer nur ein Schmerziger kleiner Junge sein. Lillie? 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 Hallelu 13ない. Ich hab dich zu Tianne gefunden. Sie sind gesỹ. Das gibt's denn mês weil ich bin. Wenn ich bin. Ich glaube du bist wundersch inhabitant. lament." Weil ich ein J Chem exhalem schon. meine Frau ein Geraden ist das nichts mehr. Die Frau habe er es getan. Jetzt kann ich etwas anderes sein werden. Hä? Riesiger Strudel. Jetzt sind wir schon im Fluch der Karibik. Schau, das ist die beste Part. Komm, wir können nicht mehr bleiben. Das ist halt ein bisschen schade, dass es immer dasselbe Ablauf ist. Warte, oh, merkscheid, hier oben. So. Also, dass man halt immer so eine... Erst die ersten 20 bis 30 Minuten so rumgammelt. Also überall rumschaut. Dann findet man so eine Szene mit Entscheidung. Und dann macht man noch einen Part und dann ist es im Normalfall zu Ende. Und dann... Ja. Ja. Ja.